Immer mehr Daten werden täglich in Unternehmen erfasst, verarbeitet und gespeichert. Das Phänomen Big Data hat in diesem Kontext großen Einfluss auf den Umgang mit Daten innerhalb von Unternehmen und erfordert eine strukturierte und systematische Herangehensweise. Insbesondere in Dienstleistungsunternehmen wie touristischen Betrieben nimmt das Wirtschaftsgut Daten als eine Art Kapital einen besonderen Stellenwert ein. So auch für Leon, der Geschäftsführer einer Kleinreiseagentur ist. Diverse Systeme helfen Leon, die anfallenden Daten in seinem Unternehmen zu verwalten. Doch in letzter Zeit sammeln sich immer größere Mengen an Informationen an und Leon fällt es schwer, den Überblick und die Kontrolle zu behalten. Hinzu kommt, dass die vielen verschiedenen Systeme und Programme oft gar nicht miteinander kompatibel sind. Leon denkt sich, dass es doch viel besser wäre, ein System zu verwenden, das alle Daten zentral verwaltet. Doch leider kennt er sich in diesem Bereich einfach viel zu wenig aus. Leon freut sich zu hören, dass es einen Kurs zum Thema Data Management von Dr. Sandra Beyer, Beraterin für Digitalisierungsstrategien, gibt. Der Kurs aus dem Projekt Tourismus 4.0 in Schleswig-Holstein wird im Jahr 2019 für kleine und mittelständische Unternehmen zur Erprobung kostenfrei angeboten. Er ist in drei Kapitel unterteilt und veranschaulicht in nur sechs Stunden ein Überblick über die Bedeutung von Daten in touristischen Unternehmen sowie Best-Practice-Beispiele aus der Praxis. Dadurch kann Leon lernen, sein Unternehmen besser an die rasanten Entwicklungen des Informationszeitalters anzupassen. Leon ist begeistert. Der Kurs hat ihm sehr geholfen zu verstehen, worauf es wirklich ankommt. Auch konnte er durch die praxisnahen Handreichungen das Gelernte auf seine eigene betriebliche Situation anwenden, um so in Zukunft besser mit der Datenflut umgehen zu können. Er hat neue Systeme kennengelernt und nützliches Wissen erlangt, wodurch er nun in der Lage ist, ein ganzheitliches Konzept in Richtung zentrales Datenmanagement in seiner Reiseagentur zu verankern. Konnten wir Ihr Interesse wecken und wollen auch Sie lernen, wie Sie hilfreiche Technologien in Ihrem Unternehmen nutzen können? Dann melden Sie sich jetzt an unter www.oncampus.de.